Gucken wir mal. Habe ich das geändert? Jetzt müssen wir uns nach Neulondo rein. Das geht doch mal wieder aus. Nehmen wir mal. Die Sonne braucht ein bisschen. Im Jalousienrundermann. So. Ich habe nur einen Wanderfluch. Ich hoffe, gleich schnell genug welche zu bekommen. Muss. Das bin ich aufgeschmissen hier. Ich weiß aus dem Kopf nicht, wo man welche kaufen kann. Die dürften glaube ich gar kein Problem mehr darstellen, oder? Ne. Ich wusste es. Gott sei Dank, Mann. Weg mit dir. Hier konnte man ja so lang laufen, ne? Der Plan ist jetzt Wasser ablassen. Autsch. Autsch. Nice Wanderflüche. Sehr gut. Ich hätte mir einen Timer stellen sollen. Die halten nämlich 5 Minuten. Muss ich beim nächsten Mal machen, ja. Sicher. Ja. Ich weiß leider nicht mehr exakt genau, wo es alles war hier. Aber das finde ich noch wieder raus. Weg mit dir. Das ist der Schreihals hier, ne? Weg mit dir. Ja, jetzt auch wieder mal eine Flücherzeige. Oh, die ist... Und ja. So. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Nee, zu risky hier. Gut. Ah ne, die kommen ja von Dings, ne? Hier schnell rein. Aber hier kommen gleich viele. Oh no, das war nicht gut. Kannst du bitte runterkommen? Oh, ich hasse dich so sehr. Kommst du bitte runter? Machen wir noch kurz die... Die Kram ist ja alle kaputt. Sind die fünf Minuten schon vorbei? Wann sind die gleich vorbei? Ich weiß es nicht. Ach, toll. Und eigentlich bin ich ziemlich gut weit jetzt schon. Hier brauchte ich nicht lang. Ich musste nach oben, ne? Auf dem Weg nach oben werde ich zwar gehauen. Aber das ist erstmal nicht schlimm. Mit dem Typen kann ich reden. Aber ich will seinen Schlüssel haben. Und ein Flott. Und ein Flott. Ich habe jetzt fünf Minuten. Oh Gott. Und zur Sicherheit einfach volltrinken, Mann, ey. Bewegt sich nicht. Ja, dafür muss ich das hier machen, ne? Jetzt läuft das Wasser ab. Oh. So, it's kind of loud in here, we've seen them. Oh, da sind die Drachen. Gut, mit einem dicken Bonk sind die One-Shot sehr gut, sehr gut zu wissen. Hier müsste einer sein, ne? Kommst du bitte mit? Oder ich bonk dich einfach. Kommst du bitte mit? So. Hier kommt kein Boss. Das ist einfach nur so ne Wand. Boom. Der hat mich vorgetroffen. Der hat mich vorgetroffen. Oh, der gibt drei Punkte. Hier müsste einer drin sein. Insta-Hunt. Cooles Ding, aber für die Taktik hier nutzlos. Ahem. Der Fluch ist noch aktiv. Wieder keinen in den Timer gestellt. Weil ich dumm bin. mit dem Taktik hier nutzlos. Die Riesen-Loot. Warte, hier war ich ja relativ safe. Hier müssen wir die Dive-Punkte dazuholen. Die Masse of Souls. Ja, dicke Keule habe ich wirklich. Das ist auch die einzige dicke Keule, die ich habe. Im Real Life habe ich nur einen Stock. So, da gibt es die nächsten drei Punkte. Aber erstmal muss der komische Dude hierher kommen. Oh, da ist er schon. Ja, Martins Rekord. Die Frage ist ja, nach was wir jetzt wirklich zählen. Punktetechnisch her. Wir haben zumindest diesen Sonnenritter so leer, haben wir immer mitgezählt eigentlich. Und, ähm, also eigentlich haben wir uns ja an Bonchwa, an die Regeln von Bonchwas DLDU gehalten. Und die haben zum Beispiel so leer nicht mitgezählt. Und, ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie wir jetzt zählen wollen. Ähm, aber theoretisch dürfte ich Martins Rekord, äh, überholt haben jetzt. Außer er hat nach Ornstein und Smaug noch weitergespielt. Was ich irgendwie dann nicht mitbekommen habe. Weil, wenn wir so leer mitzählen, hätte ich jetzt drei Punkte mehr noch. Ah, ich muss da so putzen. Ob er da so leer nicht mitzählt. Ne, der macht heute Abend um 19 Uhr weiter, ja. Und, wie du oben rechts ja im Stream erkennst, habe ich mir dieses Ding, also ich habe den Programmierer, der das bei Bonchwa gemacht hat, den habe ich einfach über Discord angeschrieben. Und gefragt, ob ich das auch benutzen darf. Und, war ganz cool. Und sagte, ja klar, hier, mach dies und das. Und, ja, jetzt habe ich gleich die gleiche Anzeige, wie die bei Bonchwa bei deren DLDUs. Ich wusste, da kommt der andere noch mit. Kannst du bitte den überholen, bitte? Überhol ihn, überhol ihn. Muss vorher raus, komm, komm vorher raus. Ja, sehr gut. Oh ne, der haut mich. Oh, daneben. Nicht gut. Oh ne, da kommt ein Geist. Hör weg. Oder bleibt der Geist? Der Geist bleibt, ne? Die zweiten drei Punkte, die man hier kriegen kann, sind wir bei 136. Sehr, sehr geil. War das ein Mimik hier? Ne. Der ist nach oben, dann ist es kein Mimik. Grauer Brocken. Ich dürfte jetzt genug haben, oder? Falsche Taste. Neun Stück, zwei zu viel. Sehr gut. Jetzt wird aus der dicken Keule ne richtig dicke Keule. Ne richtig, richtig dicke Keule. Da geht's zum Boss. Aber das wollte ich noch nicht. Das will ich noch nicht. Erstmal gibt's die richtig, richtig dicke Keule jetzt. Ah, ich kann doch teleportieren jetzt. Ganz vergessen. Ganz vergessen, dass ich teleportieren kann. Teleportieren. Gemeinde der Untoten. Ja, ich überlasse dir natürlich diese Glut. Bist du rumwandeln. Für dicke Keule plus 11. Und dann verstärken. Wo ist er? Da. Dicke Keule plus 12. Plus 13. Plus 14. Und plus 15. Jetzt ist es die stärkste Keule, die möglich ist. Der Drachenzahn ist natürlich auch möglich. Ist sogar noch stärkere Keule. Allerdings braucht die 40 Stärke. Und die habe ich noch nicht. Umwandeln. Graswappenschild müssen wir auch verbessern. Da haben wir Graswappenschild. Plus 9 nur. Oder plus 8. Ne, doch. Eine große Scherbe fehlt. Warte mal. Ich habe doch noch ein Dings über, ne? Einen grauen Brocken. Warum habe ich das halt gemacht? 200... Ja, das sind fette Bongs, Mann, ey. Irgendwie konnte man bei Fram, konnte man die teilen, oder? Ja, Kollege, wach werden. Ah, ich will da nicht reinfallen, Mann. Äh, grauer Brocken füttern. Glaube, ja. Steht große Scherbe, ja. Meinte ich doch, dass das so war. Eigentlich müsste ich das nochmal machen. Ich brauche ja noch mehr, ne? Ich bin hier nicht. Was macht mir so gut. Verwalt, ja. Schösen. Was mache ich denn jetzt? Ich würde gerne die Handschuhe. Dann habe ich auch eine Fat Roll. Das ist uncool eigentlich. Kann ich mit 27 auch noch eine Fat Roll? Nicht mehr. Aber ganz knapp nicht mehr. Krass ey. Das ist richtig knapp gewesen. 60,2 habe ich. 60,3 dürfte ich haben. Wenn das mal nicht exakt ist ey. Ach ich kann doch teleportieren. Vergesse ich immer wieder. Die Gemeinde der Untoten. Ich habe ein Graswakenschild. Wasserwakenschild plus 10. Kann man das eigentlich auch umwandeln? Kann man ne? Aber dafür habe ich nicht genug. Haltung 61. Sehr gut. Insgesamt habe ich wie viel Poise? Das ist 100. Das ist mega gut. So wo mache ich denn am klügsten weiter hier? Neulondo habe ich. Ich müsste jetzt theoretisch am besten Gwindolin machen oder? Gwindolin klug jetzt zu machen. Eigentlich bin ich schwer. Ja ne. Anor Londo. Oh hoffentlich greift mich das Ding da nicht direkt an. Und dann greift es mich direkt an. Ich weiß es gar nicht. Die Hydra habe ich gemacht doch. Aber Sif nicht. Bei Sif bin ich das letzte Mal gestorben. Mal im letzten Run. Ich habe einfach ne psychische Blockade bei Sif. Ich weiß es nicht. Martin hat vollkommen recht, dass der eigentlich nicht schwer ist. Aber ich kriege es nicht hin. Aber ich habe die erste Hydra gemacht. Ich weiß nicht, wenn du dir das anguckst, dann hast du wahrscheinlich gesehen, dass eine Hydra nicht abgehackt war. Das ist die Hydra, die unter Schandstadt ist. Quasi unter diesem verseuchten Ort, sage ich mal, dort. Ich bin nämlich zwei Hydras. Den Typen, den wir da sehen als Statue, ist übrigens der Endboss. Also, als Spoiler, keine Ahnung, was wir dir sagen sollen, aber. Den kämpfen wir aber bei weitem nicht hier. Aber hinter der Statue ist noch ein Boss. Und den werde ich jetzt machen. Wenn die Warte mal, habe ich denn gar nicht? Habe ich nicht, ne? Warum konnte ich nicht dahin teleportieren gerade eigentlich? Dann muss ich noch mal genau gucken. Letztlich habe ich das doch genommen, das Bonfire da oben. Ach scheiße, zweihändig werfen. Ist der tot gewesen. Aber zweihändig würde ich auch umfallen, wenn ich... Ach du Penner ey. Hey! War nicht sowas. Oh! 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 Oh Gott, ich habe versagt. Oh! Oh ne. Ich war nicht egal ob ich schaden kann oder nicht. Guck ein rauer Brocken. Dann muss ich diesen Weg gehen. Kollege. Boah. Oh, nee. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das passiert, wenn man sein Schild nicht hoch hat, Mann. Man muss alles ganz langsam machen in diesem Spiel. Alles ganz, ganz langsam, ey. Den lassen wir erst wieder hochfahren, bevor irgendwas passiert hier. Irgendwas Verpacktes. Das habe ich getrunken, jetzt war ich erst wieder runter. Was sagen? Das habe ich doch benutzt hier. Gut, egal. Mit der hatte ich ja bereits das Vergnügen. Aber, das Ding ist auch nur eine Illusion. Fuck. Ich habe den Kompositbogen nicht mitgenommen. Aus Neulondo. Ah, Riesenfehler. Ja. Du, der Tarnischt die Godmother's Image. Ich bin Windermind. Und deine Transgression wird nicht zu verabschieden. Ja. Oh, ich fühle mir eben eine Feuerhüterseele. Weil die wird mich jetzt angreifen dort. Hä, die ist gar nicht da. Warum ist sie nicht da? Dann ist sie auf der Brücke. Das ist ja lästig, ey. Na gut. Dann machen wir sie halt auf der Brücke kaputt. Hä? Hä? Die muss doch hier wo sein. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist Bussi denn? Da. Doch, da ist es. Da ist sie. Die sind klein schwer dran, ne? Ja, da müssen wir ja zurück, ne? Da kommen jetzt zwar noch zwei Gegner. Aber die geben keine Punkte. Ich meine, die gibt auch keine Punkte, aber die muss ich töten. Die Feuerhüterseele. Die Feuerhüterseele. Das ist das Feuer auch erloschen. Ich wusste es. Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ah, das habe ich vollkommen vergessen, dass ich das Feuer erloschen bin. Ah. Nicht die Töte. Die war Beschützerin des Feuers dort. Shit. Da musste ich hoch. Links rum. Oder wenn das Tor offen ist, frontal durch. Da muss ich die beiden Typen doch killen davon. Aber egal, dann mache ich das halt. Und natürlich auch da oben wieder durchgehen. Aber da ist es viel zu risikoreich. Viel zu risikoreich. was ich noch nicht gehört habe. Das ist ein ganzes Vortrag. Sind die nicht hier? Müssten die doch sein. Aber wie lange habe ich das denn schon nicht mehr gemacht, dass ich das alles nicht mehr weiß? Dann muss ich doch von innen die Büro aufmachen. Ich kriege zu viel. Die ganzen Gegner sind weg. Die sind ins Bett gegangen, weil es dunkel ist. Und schlechter Witz. Ja, da sind jetzt die beiden, die mir ankragen wollen. Sehr gut. Moment. Gut. Uh, Kamera. Oh mein Lord! Okay. 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 Schon wieder. Mann. Irgendwie musste das Ding hier drehen, ne? Dann geht das Tür, äh, das Tür. Gut, aber dann fahren wir jetzt doch, oder gehen doch erstmal wieder dahin, dann zum Feuerbrandscheinen, eben 10 Flasks holen, dann gehen wir den Gwyndolin-Boss-Fight-Mann. Dann wird Gwyndolin dran glauben. Kurzes Telefon. Habe ich Seelen, die ich benutzen kann? Äh. Portieren, Feuerbrandschreien. Und dann eben. Die Estus-Flakon plus 4 machen. Verstärken plus 4. ich glaube ich mehr als der mond grab jetzt ist die statue weg jetzt geht es zum boss heute hier zwischen den kerzen kann man theoretisch niederklinien hier um ein geheim eid freizustalten aber ich will die einfach nur töten ach okay Noch mal, noch mal, noch mal. Ja, ein zweiter hat noch gekriegt. Geil, dann ist sie gleich tot. Oh, oh. Die Fettrakete ist sehr unangenehm. Bitte. Und tot, 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 komm. Ja. Easy, 5 Punkte. An eternal curse upon thee. Oh. 141 Punkte, Alter. Crazy, man. 40.000 Seelen. Oh, 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 oh. Kette nach oben, also keine, kein Mimic drin. Kette nach oben, also kein Mimic drin. Ach, der Blechhelm, okay, ja. Kette nach oben, also kein Mimic drin. Oh, ne leere Tour. Ja. Boah, 141, Mann. Was, was kommt jetzt als nächstes? Überhole ich mir die 12 Punkte aus Sensfestung noch. Ich glaube, ich hole die Punkte aus Sensfestung. Seele hier eben essen. 16.000, dürfte auch wieder ein Level ab sein. Oh, ich weiß ja. Ach, komm. Tieren. Gemeinde der Untoten. Warte mal, kann ich mich jetzt eigentlich noch zu Andor Londo-Telefonen? Ja. Was sehr gut ist, müssen wir dann als nächstes machen eigentlich. So, kommt ihr bitte mit. So, kommt ihr trocken. Egal. Die machen nicht mehr viel Schaden mit der fetten Rüstung mittlerweile. Töne. Entsuw shoot. Tie. Töne. 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 Ich glaube, hier konnte man einfach runterspringen, ohne kritischen Schaden zu erleiden, ja. Ich weiß das gar nicht mehr so hundertprozentig, aber... Ich glaube schon. Wen will ich eigentlich mehr hier mit killen, ne? Ich hab nur noch zwei. Oh fucking hell, das ist nicht so gut, Mann. Dann machen wir was anderes. Dann ziehe ich da jetzt einfach runter. Ich weiß nicht, ob das es ging. Weg mit dir. Und du da oben triffst mich eh nicht, ne? So, dann müssen wir diesen Ring anziehen. Dann hab ich aber ne mega fat roll. Das ist ziemlich uncool. Silber, Ritter, Rüst, Trunk. Okay. Okay. Den hab ich. Fat roll. Darf 42, darf ich haben. Also muss ich nur ein bisschen weniger haben. Dann ist ja die fein hier eigentlich, ne? Ja. Gut trinken. Runterspringen. Let's go. Drei Punkte. Okay. Will ich spinnen? So. Trinken. Onk. Onk. Drei Punkte. Hättest du das Item da hinten vergessen? Offensichtlich, ja. Oh, ne Seele. Very nice. Ich würde gerne, dass du hier hinkommst. Ich würde gerne, dass du hier hinkommst. Hinten ist der gepullt. Auch nicht, okay. Müssen wir hier kämpfen, sonst pull ich den mit. Oh, was soll das denn, Alter? Nein, trifft mich. Die sind deutlich stärker als die anderen beiden. Die sind deutlich stärker als die anderen beiden. Die flasken muss ich schaffen, sonst hau ich einfach ab mit dem halben Knochen. Oh, hat er mich noch getroffen? Ah, das ist das Grüne, ey. Okay. Hat mich trotzdem gekriegt. Aber ich stehe ganz beschissen. Da habe ich noch zwei, wenn ich die jetzt trinke. Das ist gut. Ach komm. Noch einfach Riesenteile, Mann, ey. Ach, leck mich doch. Die nächsten drei Punkte. Davor habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, jetzt habe ich... Und sechs Punkte jetzt. Boah, Alter. Okay, sehr gut. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Mann. Alter. Mein Herz. Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, ey. Ich bin sowas von ultra stark eigentlich, ey. Ja, Hälfte habe ich jetzt. Ich bin am überlegen, ob ich Sif mache. Aber ich habe so unfassbar Schiss vor Sif, Mann. Also, mit meiner jetzigen Ausrüstung ist der eigentlich, ich muss den dreimal hitten oder so. Mit einer ungebufften Waffe. Äh, mit einer gebufften Waffe. Mit einer ungebufften, glaube ich, fünf oder sechs Mal. Aber ich habe einfach wahnsinnig Schiss, den zu machen, ey. Gut, ich habe Gwindolin fertig. Ich habe in Sensfestung die Titanite Demons gemacht. Gehe ich jetzt ins Archiv? Ins Archiv? Geht er eigentlich los? Also, wenn man das wettbewerbstechnisch sieht, so ein Punkt, äh, erst mal. Ach. Dann. Gehe ich jetzt ins Archiv? Ach, da habe ich doch hier noch die Seele. Ah, die Brebe. Kleine Seele bringt nichts. Ah, ah, ah. Ja, ich weiß, was jetzt passiert. Bam. Ah ja, drei Punkte. Wenn man so weit geschafft hat, dann kann man hier gut Punkte farmen, jetzt erst mal. noch so ein Helm. Wunderschön. Ich glaube, das ist sogar eine, wo ich jetzt mal die Flamme entfachen würde, oder? Ich glaube, das ist klar. Ah, nochmal drei Punkte. Nochmal drei Punkte. Ah, bin ich, bin ich, bin ich hier schon bereit für eigentlich? Ich weiß es nicht. Diese kleinen Wichser sind ultra strong, man. Wenn die hitten, ey. Zack, und direkt die Hälfte Leben weg, Mann. Okay, Magier da hinten, ey. Übrigens auch drei Punkte, der Typ. Was die auch für ein festes Schild haben, ey. Kleinen Penners hier, ey. Da ist noch einer. Bam. Oh no, falsche Tasse gedrückt. Erstörter Anhänger. Wofür brauchte man den denn nochmal? Oh, der ist sogar gebufft von dem Dings. Oh ne. Drei Punkte. Diese Bogenschützen da hinten. Eben die Punkte machen. Zack, drei Punkte. Habe ich jetzt 162 dann, oder? Kommt das? Ja, jetzt hat es sich aktualisiert. Google ist manchmal ein bisschen langsam, was das angeht. Gibt hier noch ein Typ unten eigentlich? Doch. Doch, ich wusste. Und dich mach ich richtig nett von hinten. Mal mal hier. Bam. Okay. Okay. Ah, shit. Ich habe mich gepiext. Ich habe was gedroppt, ja. kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich gar nicht mehr so gut auskenne, ey. Weil das Ding hier später echt zu einem Labyrinth wird, ey. Treppen drehen sich irgendwann wie bei Harry Potter. Da hast du hier einen Fahrstuhl. Den gibt es von der anderen Seite irgendwie auch. Oh, ich wusste es. Ich muss noch batten lassen. Was ich gar nicht brauche. Kette nach unten, ne? Kette nach unten. Äh, genau. Hier war der Balkon. Da müsste man jetzt, glaube ich, den Fahrstuhl nehmen, einmal. Am besten nur einen von diesen Magiertypen da gekillt, ne? Ah. Hier sind wir. Okay. Jetzt werde... Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ganz vergessen. Dass der noch kommt. Jetzt hätte ich mich noch gar nicht ausgezogen. Oh. Oh. Markling Titanite, brauche ich nicht. So, und jetzt? Jetzt werde ich sterben. Jetzt werde ich sterben. Aber ich habe den Ring, ja. Seltener Ring der Europapunk. Gut. 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 Das Ding kann man nämlich gar nicht treffen, hier. Man kommt hier nicht hoch. Man muss hier sterben. Ich komme froh. Nein. Nein. Gut. Ich habe den Ring, ja. Ich habe den Ring, das habe ich mir слышiert. Ich habe den Ring. Ich habe ihn auf. Ist auch der einzige Tod, der erlaubt ist, logischerweise. Sonst müsste ich ja von vorne anfangen. Oh, da sind zwei, drei hab ich, oh. Oh, no, no. Ich hab meine Haltung gebrochen. Boah, ich brech deine Knochen. Oder dein Kristall, was auch immer du hast. Beschlossen. Dann war die offene Tür, ja. Ach, genau so war das. Die durchkillen und dann lehnen. Stimmt, genau so war das. Ah, der Penner macht jetzt diese hässlige Musik an. Ich erinnere mich. Gut trinken. Ach, und er lässt diese Scheißviecher fallen, die mich aufessen. Ah, die Erinnerungen kommen wieder. Das ist sehr gut. Weg mit dir. Oh Gott. Ach stimmt, die hauen ja ab, weil die auch Angst vor diesen Dingern haben, ne? Vor den Schlangen da. Ach. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, einen wollte ich doch noch killen, ne? Oh, oh. Ah, fuck, man. Ah. Sinken. Mann, Alter, mein. Ich hab so Schiss hier zu sterben, ganz ehrlich, ey. Oh, ne Menschlichkeit, nett. Wie viele kamen da unten noch? Die lass ich erstmal zu, die hol ich auf dem Rückweg. Eisteilemann. I hate you. I hate you. Ich hab da welche von rauslocken. Hello. Oh ja, eins haut ab. Oder kommt zu mir. Weg. Weg. Shit. Oh, was auch die für ein Damage machen, Mann. Ach, tot. Gott sei Dank, Mann. Hier musste ich gar nicht hin, glaube ich. Aber bevor die irgendwie später von hinten kommen, oder sowas. Oh Gott. Geht mir noch. Genau, die haben mir diese Wunder gegeben. Stimmt. Falsche Seite. Oh, ich verlass. Es verschwendet hier jetzt. Oh. Ich vergessen hab, dass die so krass Damage machen, ey. Schon mal. Ich bin genau. Oh, no. Hier macht alles so viel Damage. So, jetzt ist Ruhe hier. Okay, dann war es nicht diese Tür. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo man den Schlüssel dafür herbekam. Ich weiß doch gar nicht mehr, ob das Item jetzt wichtig war dahinter. Oh, Mann, 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 Mann. Archiv, Selle, Extraschlüssel. Okay. Gucken wir doch nochmal. Ja, klar. Gut, dann war es der auch nicht. Dann weiß ich es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man das gebraucht hat. Genau, da war ich gerade. Da wartet der Penner da oben, ne? In dem musste ich gleich vorbei. Ach, das war Selle, Extraschlüssel. Ehrenwerter Ritterseele. Da gibt es auch viel. Oh. Na, bleib du mal da. Oh, jetzt mach ich von außen zu. Wollte eigentlich cool von außen zumachen. Aber egal. Egal. Ach, Mann, ich hätte den da oben erwischen müssen. Wenn ich da runterfalle, dann bin ich dead, ne? Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gnädig. Sehr gnädig. Ah, das war große Türschlüssel hier, ne? Ja, riesen Türschlüssel. Ich habe nur drei Flask. Ja. Boah. Und dann besteht auch einer. Ja. Gut gemacht, Kollege. Ich habe nur getanzt und nichts dazugelernt. Äh, drei Punkte. War daneben geklickt. So, jetzt aber. Ja. Ich habe es hier auch wen, ne? Ja. Ja. Nochmal genau überlegen. Wie war das jetzt hier? Wie war das jetzt hier? Wie war das jetzt hier? Welches drehen könnte mir nichts passieren? Weg mit dir, du Penner, ey. Hast mir voll den Rücken geschossen. War das irgendwo... Uh. Uh. So, warte mal, der Faschuh war jetzt da oben, ne? Wichtige ist... Genau, ich weiß es wieder. Genau, das musste man richtig ordentlich machen, weil so kann einen das Ding nicht treffen. Hier musste ich jetzt vorher einmal trinken. Warten, bis er geschossen hat, dann runter. Bild hochhalten. Hinrennen. Und wegbonken. Oh. Zwei Punkte. Geht nur nach oben, kein Mimic drin. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Viecher. Nö, offensichtlich nicht. Nur noch zwei Flasks, Mann. Das ist echt bänkzigend. Wo ging das hier nochmal lang? Okay, die sind schon... Die sind schon weggemacht hier. Ganz oft. Ach komm. Lichtig wegschmeißen. Fentlich will ich dich runterschmeißen. Na egal. Ah, wie war das noch? Genau. Konnte hinter irgendeinem Bücherregal, konnte man hier... War das an dieser Stelle? Und da gab es dann einen Bonfire. War das hier? Ich glaube, ne? Oh. Zu früh losgelassen? Zwei Pfeile getankt. War dumm. Na, und dann ging das Bücherregal hier weg, ne? So war das auch. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Ja, aber war noch nicht die richtige Stelle hier, glaube ich. Das ist kein Nick. Und die liegt ja auch nach oben. Ah, eigentlich will ich sehr ungerne das Bonfire da jetzt benutzen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, denke ich. Nein, warum treffe ich nicht beide? Wer schießt denn da jetzt noch auf mich, Mann? Ach, was macht er denn da? Okay. Eigentlich war es das für das Archiv jetzt hier. Draußen müsste noch ein goldener Golem sein irgendwo. Diese Kette liegt nach unten. Das ist übrigens ein sehr cooler Helm. Da habe ich auch eine Fat Roll mit. Weißt du überhaupt gut? Ne, ne? Ist nur schwer. Schwer und... Schwer aber cool. Und was war hier mit Kette, liegt nach oben. Ach, Kristallglut für André. Genau. Hallo? Kannst du mal weg hier? So, wie war das hier noch? Hinter dieser Tür dürfte nichts Besonderes sein, was gefährlich ist. Das war, glaube ich, einfach nur der Ausgang. 20 Prismasteine brauche ich theoretisch nicht, weil die Wege auch so angezeichnet sind, die gleich kommen. Ach, die habe ich auch ganz vergessen hier. Kette nach oben. Riesen-Zellen-Schlüssel. Jetzt könnte ich da theoretisch zurück. Eigentlich tut das ja nicht Not, ne? Auf jeden Fall werde ich jetzt hier einmal hinsetzen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier einmal hinsetzen. Leportieren zum Feuerbrandschrein, damit ich 10 Flaschen wieder bekomme. Wenn ich mich hier hinsetze, kann ich aufsteigen? Geil Level, ja, kann ich jetzt sehr gut. Und dann eben pinkeln. Das kann ich gar nicht mehr machen. Ja, aber da brauche ich viel zu lange für. Das muss man extrem langsam machen, dort alles. Wenn man sonst einfach stirbt. Und sterben bei einem No-Death-Run ist halt ziemlich uncool. Noch ewig dauern, ja. Also kann ich erstmal Golems killen hier. Irgendwo muss hier ein Goldner rumlaufen. Der gibt auch drei Punkte. Weg mit dir. Warte mal, man konnte doch auch aus dem Dings raus, ne? Oder war das... War so, ne? Man konnte einen schnellen Sprung, konnte man machen. Genau. Warum kriege ich es nicht hin? Üben. Okay. Natürlich. Klar. Drei auf einmal, Mann. Das kommt noch einer. Richtig gut. Ach, die sind auch so One-Shot. Er weicht aber echt gut aus, der Knie hier, ey. Oh, no. Warum war der eine dann gerade so One-Shot und der wiederum nicht? Verstehe ich es nicht. Ich habe keine... Keine Menschlichkeit mehr, ne? Oh, cool, ey. Okay. Dann war es, glaube ich, gerade nur random, dass der eine so One-Shot war. Ach, komm, du Penner, ey. Dann war es, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Hier müsste doch ein goldener Golem sein, ey. Versagt habe ich. Ach, guck. In der Springt ist der One-Shot, okay. Ich werde mir Menschlichkeit kaufen jetzt. Willi-Portieren, ähm, Feuerbrand schreiben, genau. Willi-Portieren, ähm, Feuerbrand schreiben, genau. Okay, ähm... Äh, nicht treten. Nicht treten, sondern zermalmen. Ähm, ähm, ähm... Okay. Oh, guck. Oh, guck, 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 guck. Ah, das ist früh aufgemacht, das Fenster. Was gibt's hier noch? Achttausend Seelen noch. Ja, auf jeden Fall ein Level drin. Aber ich habe runde Zahlen. 35, 30, 30, ja. Auch wenn 35 nicht rund ist, aber... Der Fünf ist schon eine runde Zahl. Und kaufen. Davon brauche ich zwei. Davon brauche ich alle, die es geht. Nur eins? No. Really? Ah, okay. Ah. Ob Framp sowas verkauft? Ah, hier sieht man was. Oder schläft die blöde Schlange wieder? Die schläft schon wieder. Ah. Ja, komm, red nicht so viel. Ich kann nur verkaufen, ne? Ah, ich brauche Menschlichkeit, man. Gäme es durch. Gut, dann ist das jetzt auch der passende Zeitpunkt. Ja, egal. Ich... Besser jetzt dann aufzuhören, das ist guter Zeitpunkt. Ist sehr guter Zeitpunkt. So, Spiel laden, damit der Andrus Stream wieder perfekt weitergehen kann. 7 Stunden, 8 Sekunden, 10 Minuten. Äh, warte. 7 Stunden, 8 Minuten, 10 Sekunden. So rum. 7 Stunden, 10 Minuten. 20 Minuten. 22 Minuten. 20 Minuten. 21, происходит ballot politically.